Mensch, ey. Ach, sieh mal wer da ist, das Urlaubskind. Erzähl mal, wie war's denn? War gut? Urlaub war sehr gut, hab ich echt mal gebraucht bei meinem anstrengenden Schulleben, du. Moment mal, hast du nicht was vergessen? Was ist denn mit Koffer ausräumen? Kann ich doch morgen machen, oder? Ich bin echt kaputt. Ich hab Jetlag vom Flug und die Fahrt. Das stört doch keinen, dass der da steht. Du hast Jetlag, du bist 55 Minuten geflogen, du. Das ist nicht mal mein Arbeitsweg. Ich hab dir sogar noch ein Taxi geholt vom Flughafen. Jetzt mach mal wirklich den Kopf zu und räum den Koffer aus. Ist ja okay, ich räum dich jetzt aus, ist okay.